Original Multiple Choice. In dem Falle haben wir hier eine Mehrfachauswahl. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Ein Delir A sollte wegen der höheren Komplikationsrate nicht medikamentös behandelt werden. B hat typischerweise einen schleichenden Beginn und eine Symptomdauer von mehr als sechs Monaten. C geht mit einer Bewusstseinsstörung einher, D ist meistens medikamentös bedingt und E kann bei Stoffwechselstörungen auftreten. Wie gesagt, zwei Antworten sind zu wählen. Es geht um die Symptome des Delirs. Nochmal A sollte wegen der höheren Komplikationsrate nicht medikamentös behandelt werden. B hat typischerweise einen schleichenden Beginn und eine Symptomdauer von mehr als sechs Monaten. C geht mit einer Bewusstseinsstörung einher, D ist meistens medikamentös bedingt und E kann bei Stoffwechselstörungen auftreten. Wenn wir uns mal die zentralen Symptome eines Delirs angucken, dann haben wir zunächst mal eine Bewusstseinsstörung. Dann haben wir eine Orientierungsstörung zur Zeit, zur eigenen Person, zur Situation und zum Ort. Wir haben eine Agitiertheit. Also die Menschen sind unruhig, auch vegetativ unruhig, sind motorisch unruhig, psychomotorisch mit ganz häufig Nestellen. Und das Nestellen ist so etwas, man ist fahrig mit den Fingern und nestelt herum mit Beschäftigungsdrang, mit Stereotypen, oft sinnlosen Bewegungen oder Akathesie. Also Stereotype, immer wiederkehrende, einseitige, sich wiederholende, oft sinnlose Bewegungen. Und diese ängstliche Agitiertheit, also dieses ängstliche, motorische Getriebensein. Dann Halluzinationen, ganz gerne im Delir optische Halluzinationen, können aber auch alle Arten von sonstigen Halluzinationen sein. Dann ein Tremor, Zittern. Dann, was sehr komplikationsreich sein oder werden kann, sind Kreislaufstörungen mit Hypertonie, also Bluthochdruck, Bluthochdruckkrise, Tachycardie, schneller Herzschlag. Und natürlich dann eben die Folge auch davon, eine Verselbstständigung der vegetativen Erregung mit vegetativen Entgleisungen, übermäßigem Schwitzen, Wärmegefühl, Hyperthermie. Und das sind so die zentralen Symptome zunächst mal eines Delirs, die man natürlich dann recherchiert bei so einer Aufgabe und sich darüber im Klaren wird. Wie gesagt, wir können ja alle Aufgaben dazu nutzen, alle Multiple-Choice-Fragen sehr detaillierte Recherchearbeit zu machen und dann sämtliche Begriffe zu argumentieren. Wir können Delir-Zustand beispielsweise bei einem Entzugsdelir haben. Also nehmen wir mal an, jemand hat Benzodiazepine genommen, die wurden verordnet, der hat eine Abhängigkeit entwickelt, weil er sie jetzt längere Zeit nimmt für drei oder sechs Monate. Dann setzt der Klient dummerweise die Medikamente ab, eigenmächtig ab, schleicht sie nicht aus. Also vorgeschrieben ist das Ausschleichen der Medikation, sodass kein deliranter Zustand entstehen kann. Und hier aber in dem Fall entsteht dann ein Entzugsdelir oder ein Alkoholiker, der einen schweren Unfall hat, jeden Tag sehr viel getrunken hat, über längere Zeit hinweg, also ein echtes Suchtproblem hat, ein Abhängigkeitsproblem hat, wo er also einen starken körperlichen Entzug hat auch. Und wird also im Krankenhaus behandelt und fällt dann nach zwei bis drei Tagen in einen deliranten Zustand mit diesen genannten Symptomen. Wir können aber auch sowas haben wie bei Stoffwechselproblematiken, also Körperstoffwechselproblematiken jeglicher Art, dass wir durch den veränderten Stoffwechsel einen deliranten Zustand sehen. Also jemand, der zum Beispiel ein hohes Fieber hat, kann durchaus in ein Fieberdelir fallen. Jemand, der problematische Herz-Kreislauf-Aktionen hat, wie auch immer sie von der Grundlage bestimmt ist, könnte in einen deliranten Zustand fallen. Also das Delir ist eben ein sehr möglicherweise komplikationsreiches Geschehen. Und es ist natürlich psychisch auffällig, weil es psychotische Symptome hat, weil es starke Angsterscheinungen hat, weil es eben diese starke Agitiertheit hat, dieser außerordentliche Zustand, wo der Mensch sich also quasi entfremdet fühlt irgendwo auch oder getrieben fühlt mit den ganzen vegetativen Komplikationen. Wenn wir jetzt argumentieren, A sollte wegen der höheren Komplikationsrate nicht medikamentös behandelt werden, genau das Gegenteil ist der Fall, weil die Komplikationsrate eben vorhanden ist, was ja hier auch ausgesagt ist, wird es auf jeden Fall medikamentös unter anderen schulmedizinischen Maßnahmen, also klinischen Maßnahmen behandelt. Kreislaufstabilisierung, Beruhigung und so weiter, was auch immer notwendig ist, um eben palliativ mit den Symptomen umzugehen und eben keine Komplikationsgefahr entstehen zu lassen. B hat typischerweise einen schleichenden Beginn und eine Symptomendauer von mehr als sechs Monaten. Das ist nicht schleichend, das ist sehr schnell eintretend, innerhalb von kürzeren Zeiten, nach einer gewissen Latenzzeit, also zum Beispiel beim Entzugsdelir oder beim Fieber. Das Fieber geht höher und höher und es kommt dann plötzlich zu einem deliranten Zustand und die Symptomdauer ist eher kurz. Das Delir ist kein langer Zustand und schon gar nicht ein Zustand von mehr als sechs Monaten. Und C, dieses Argument geht mit einer Bewusstseinsstörung her, das ist richtig, das hatten wir gesagt, das Bewusstsein ist gestört, das Bewusstsein ist durchaus getrübt, die Bewusstseinsinhalte sind verändert, sie, Halluzination, Paranoia, dieser außerordentliche Bewusstseinsstörungszustand. D, ist meistens medikamentös bedingt, kann medikamentös bedingt sein, also wenn jemand, wie gesagt, Benzodiazepinabhängigkeit hatte oder meinetwegen Schmerzmittel genommen hat, Opiate genommen hat, um starke Schmerzen zu reduzieren, diese berühmten Opiumpflaster oder sonstige Gaben an Opium und das dann plötzlich abgesetzt wird, kann ein Delir entstehen, ist aber eben auch durch andere Stoffwechselentgleisungen oder Entzug von typischen Suchtmitteln möglich. Und E, das ist also falsch, diese D, und E kann bei Stoffwechselstörungen auftreten, ist wiederum richtig, also der typische Fieberstoffwechsel. Deswegen haben wir eine erhöhte Temperatur, die zu einer starken Stoffwechselveränderung führt und das kann eben dann zu einem Delir führen. Also richtig sind, um es nochmal zu sagen, die beiden Antworten, C geht mit einer Bewusstseinsstörung einher und E kann bei Stoffwechselstörungen auftreten.